Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserem WannaCry Spaß, den wir hier gerade haben. Und zwar wollen wir WannaCry Reverse Ingenieren, beziehungsweise wir tun es schon seit einigen Videos. Und ja, ich hoffe ihr habt immer noch Spaß dabei und könnt neue Sachen aus jedem Video rausziehen, wenn auch nur ein bisschen Workflow. So, heute machen wir nochmal harten Workflow, denn ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind hier mehr oder weniger am Ende. Also wir haben noch nicht alles analysiert, wir wissen noch nicht genau, was alles tut, aber wir sind zumindest mal mit einer groben Idee durch, okay? Allerdings haben wir jetzt ein Problem, wir wissen nicht mehr weiter. Und ja, ich habe übrigens die ganzen Dateien hier mal ein bisschen weggeschoben und das dürft ihr eigentlich gar nicht sehen. Das war ein Versuch von mir, brauchen wir aber nicht. Und zwar, ja, wir kommen nicht weiter. Also wir haben jetzt hier diese t.wnry, die irgendwie geladen wird. Wir können hier mal file t.wnry benutzen und wir sehen, das ist ein Data Object. Das hatten wir schon gemacht und es bringt uns halt eigentlich nicht wirklich was, denn wir können nicht lesen, was da drin steht. Auch wenn wir dieses t.wnry nehmen und in Gitra reinziehen und ja, sorry, das Ding heißt Emoted. Ich wollte eigentlich Emoted analysieren, aber das ist anders geschrieben. Das ist Visual Basic gewesen und das haben wir hier noch nicht gemacht. Das eignet sich nicht so gut hier gerade für diese Reihe, deswegen machen wir jetzt WannaCry. Ja, wir haben hier nicht die Möglichkeit, eine Sprache auszuwählen bei dieser t.wnry Datei. Das heißt, wir können hier nicht wirklich sagen, was das eigentlich ist und wenn schon Gitra nicht die Sprache erkennen kann, dann habt ihr wirklich ein Problem. Dann könnt ihr das Ding nicht analysieren. Das heißt, das ist einfach nur roh, binär oder irgendwie verschlüsselt. Und ja, das heißt, wir sind jetzt hier stuck. Wir wissen gerade nicht, was wir hier tun. Irgendwie macht alles nicht so viel Sinn. Deswegen, ja, gehen wir nochmal zurück zu den Defined Strings. Und ups, ja, und jetzt haben wir schon gerade das gesehen, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und zwar, wir haben hier Microsoft Enhanced RSA & AES Cryptographic Provider. Okay, das sind sozusagen unsere, also das ist ein String, der ist hier definiert worden und der gibt uns an, dass hier irgendwas mit Krypto passiert ist. So, und jetzt wissen wir offensichtlich, dass hier irgendwas mit Krypto am Werk ist. Und wir wissen zwar noch nicht genau, wo und diese Funktion zu suchen, naja, das ist auch nicht so einfach. Was wir jetzt allerdings machen können ist, wir fangen hier einfach mal an. Weil im Endeffekt ist ja bei einer Ransom ja wirklich interessant, was genau tut die Krypto. So, ja, und wir sehen hier irgendwas mit RSA & AES, das ist zumindest mal spannend. Und das heißt, wir wollen hier mal diese Funktion umbenennen, das heißt die Referenz. So, das heißt, was wir jetzt tun ist, wir gehen hier in dieses CryptGenKey. Also, wo genau wir hier reingehen, ist eigentlich relativ wurscht. Aber wir gehen jetzt hier mal in diese Funktion mit dem CryptGenKey. Denn wir sehen hier, hier diese Funktion ist dieselbe, diese Funktion ist dieselbe. Die werden alle in derselben Funktion aufgerufen. Dieses CryptGenKey, CryptD, Crypt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Funktion, die irgendwas mit Krypto zu tun hat. Und das heißt, wir klicken jetzt hier mal rauf, wechseln wieder in unseren Decompiler und schon sind wir in der Funktion, die irgendwas mit Krypto macht, okay? So, und jetzt sehen wir hier auch, ah, okay, hier werden offensichtlich wieder mal diese Prozesse geladen. Das heißt, wir können jetzt hier diese Data-Objekte umbenennen und sagen, hey, ähm, das ist Crypt, Crypt, ohne Ü, ähm, Bodenstrich Acquire Context. Und, äh, ja, so benennen wir die jetzt mal wieder alle um. Ich schneide das jetzt allerdings für euch raus. So, das heißt, was wir hier machen ist, wir holen uns sozusagen immer die Handles von den Prozessen aus der Library. Und, ähm, da haben wir quasi dann einfach alles geset-upt und jetzt haben wir diese globalen Variablen wirklich gesetzt. Das heißt, wir können sehen, bam, das Ding ist offensichtlich ein Krypto-irgendwas, ja? Das wird da benutzt. So, und das Tolle ist, also das haben wir jetzt quasi einfach festgehalten, das Tolle ist, jetzt können wir hier auch diese Funktion direkt umbenennen und zwar in eine Funktion Crypto-Context-Setup. So, ähm, wobei nicht Context, das könnte sonst missverständlich sein, aber Crypto-Process-Setup, okay? So, ähm, das heißt, wir haben hier diese ganzen Dinge und jetzt können wir hier tatsächlich auf dieses Acquire Context draufklicken, also ohne, dass wir wissen, wo wir genau im Code eigentlich sind, auf dieses Acquire Context draufklicken und wir sehen, wo das Ding eigentlich verwendet wird. Wir haben hier einmal Crypto-Process-Setup, dreimal wird das da verwendet und dann haben wir hier noch eine weitere Methode, in der Crypto-Acquire-Context verwendet wird. Und das ist sehr, sehr hilfreich, denn jetzt wissen wir, ah, okay, da sind wir in dieser Funktion, das heißt, diese Funktion, die macht, die settet diesen Context ab, okay? Die produziert diesen Context. Das heißt, wir sagen hier Crypto-Context-Setup. Das ist unsere Funktion. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ja, Data-Type-Initializer, bla, bla, bla. Okay, ähm, das ist unsere Funktion. Der Return-Wert hier ist eigentlich ein, ein Int, relativ simpel und ohne Probleme. Int und unser Parameter 1, den können wir noch kurz analysieren. Hm, was genau macht denn das Ding? Nun ja, ähm, wir wollen hier erstmal nicht weiter danach gucken, was genau das tut. So, und wir sehen auch hier tatsächlich direkt in diesem Crypto-Acquire-Context machen wir es mit Param 1 plus 4. Das ist normalerweise immer ein fettes, fettes Anzeichen, dass man hier gerade mit, ähm, Klassen arbeitet, was wir ja auch schon öfters gesehen haben, dass hier ein This verwendet wurde. Dieses plus 4 sagt einfach, wir nehmen den vierten Member unserer Klasse, ja. Das macht aber nichts, das können wir auch so stehen lassen. Das heißt, das hier ist irgendeine, nun ja, Klasse halt. Wir wissen nur nicht welche. Okay, also weiter geht's. Ähm, wir haben hier dann die anderen Parameter. Und das ist eine Adresse eigentlich, die, also das sieht man ja relativ direkt, dass das eine Adresse ist, irgendwas mit, hm, ja, hier, genau. Microsoft Enhanced RSA and AS Library, okay. Das heißt, das referenziert uns auf die Lib. So, dann, das ist schon mal relativ interessant. Das hier sagt uns 0x18 und das hier hinten dran ist einfach irgendwelche Parameter. Das heißt, wir bauen uns hier tatsächlich auf, was an unserer Crypto-Library passieren soll. Okay, schön, wundervoll, ähm, aber leider nicht so ganz sinnvoll. Wir wollen natürlich auch wissen, wie eigentlich unser Key erstellt wird. Und das finden wir dann wiederum hier, der Crypt Key, ähm, Crypto-Process-Setup, bla, bla, bla. Da müssen wir erst kurz wieder reingehen und dann finden wir hier wieder die Referenz auf Crypt-Gen-Key. Und dann klicken wir hier wieder drauf und dann switchen wir wieder hier rüber. Und, ähm, Sekunde. Ja, das Generieren der Keys ist offensichtlich nur in diesem Funktionsaufruf drin. Das heißt, wir gucken mal, ähm, was genau das eigentlich hier tut. Ah, ups, das wollte ich nicht. Ähm, und hier sehen wir, ja gut, Crypt-Gen-Key wird nur hier aufgerufen. Und zwar wird hier einfach geprüft, ob das ungleich 0x0 ist. Falls es, ähm, ungleich 0x0 ist, gehen wir zu diesem Lab, bla, bla, bla. Und das ist hier unten definiert. Das heißt, uvar1 wird dann einfach auf erfolgreich gesetzt. Das heißt, wir benutzen Gen-Key eigentlich gar nicht. Das heißt, die Schlüssel werden nicht innerhalb unseres Wanna-Cry-Ransomware-Dingens erstellt. Sondern sie werden irgendwie mitgeliefert. Und das ist schon mal eine wichtige Information. Okay, wir gehen wieder zurück zu Encrypt. Ähm, und wir wollen natürlich wissen, wo das Ganze verschlüsselt wird. Und eigentlich mit welchem Schlüssel das Ganze verschlüsselt wird, sehen wir allerdings hier nicht direkt. Wir können hier oben allerdings sehen, dass hier zum Beispiel, ähm, hier Import-Key verwendet wird. Das heißt, wir gehen mal in diese Funktion rein. Hier wird der Key irgendwie importiert. So, Crypt-Import-Key, das heißt, das ist irgendwie, das ist offensichtlich die Oberfunktion, die irgendwas mit Krypto tut. Denn hier rufen wir auch tatsächlich den Crypto-Context-Setup auf. Das heißt, hier sagen wir Crypto-Context-Setup. Wenn das nicht 0 ist, dann hatten wir offensichtlich Erfolg. Falls es 0 ist, dann machen wir hier unten irgendwas anderes. Das heißt, das Ding hier wird wahrscheinlich die Zerstörung von unserem Schlüssel sein. Und das aufräumen sozusagen. Und hier drin passiert das eigentliche Crypto-Zeug, okay? So, und wir hatten ja schon gesehen, okay, Crypt-Import-Key, da wird also der Schlüssel reingeladen. Beziehungsweise, hier wird der quasi irgendwie reingeschrieben. Was zur Hölle macht das Demikolon hier unten? Das sollte eigentlich nach da hinten, aber egal. Und ja, das heißt, hier haben wir wieder mal irgendwie unser, das ist wieder das This-Objekt. Denn hier schreiben wir wieder irgendwas in unseren vierten Member rein. Und ja, jetzt versuchen wir hier irgendwie unseren Schlüssel zu definieren. Einmal kurz nach Crypt-Import-Key gesucht und wir finden hier plötzlich raus, was das eigentlich genau für eine Signatur hat. Und wir können das einfach hier tatsächlich Edit-Function-Signature und das Ding können wir dann quasi einfach komplett ersetzen, ja? Und es dauert ein bisschen, ähm, offensichtlich habe ich irgendwo einen Mist gebaut. Äh, Const-Byte, ja gut, Byte kannst, äh, Byte, Byte, was? Byte? Ähm, okay, wir machen hier einfach ein Int draus, denn ja, Int und Boolean ist in C eigentlich dasselbe. Und ich habe irgendwo einen Const-Byte-Stern stehen und das sollte nicht so sein. Weil dieser Data-Type ist nicht verfügbar. Wo steht denn hier Const-Byte, bitte? Ah, Problem ist, dass das Ding gar nicht als Funktion erkannt wurde. Wenn ich hier die Function-Signature ändern möchte, dann ändere ich die von der großen oberen Funktion hier oben. Ah, das soll natürlich nicht so sein. Okay, aber, nun gut, macht eigentlich auch nichts zu wissen, dass hier offensichtlich der Key wieder reinkommt. Das heißt, irgendwie muss dieser Key hier verarbeitet werden. Ähm, und wenn dieser Parameter 1, 0, 0, also dieser, dieser hintere Parameter hier, wenn der gleich gleich 0 ist, dann machen wir das hier. Ansonsten importieren wir unseren Krypto irgendwie anders, also unseren Krypto-Kiem. Das heißt, ähm, wir gucken mal ganz kurz in diese Funktion rein, wie das hier importiert wurde. Und hier sehen wir, ah, okay, ähm, das Ding macht irgendwas mit Dateien. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Das heißt, kurze Zusammenfassung. Hier haben wir entweder den Crypt-Import-Key über eine Krypto-Import-Funktion, die in der Library drin steht, die, by the way, so aussieht, äh, genutzt, ja. Also hier drüber irgendwie den Schlüssel importiert. Das würde bedeuten, ich nehme jetzt einfach mal diese Parameter und, ähm, ja, mach die mal ganz kurz. Gut, ah, und jetzt sehen wir hier gerade, ich wollte gerade diesen Param 1 hier umbenennen in, ähm, Krypto-Provider, weil das Ding ist eigentlich unser Krypto-Provider, wie wir in der Doku sehen können. Die liegt gerade auf meinem zweiten, ähm, auf meinem zweiten Bildschirm. Aber wir sehen, wenn ich das jetzt hier auf OK drücke, dann funktioniert hier irgendwas überhaupt nicht mehr, ja. Das möchte mir diesen Parameter als This benennen, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz. Das heißt, hier kommt Dieter einfach an seine Grenzen, okay. Ähm, aber wir wissen, das hier, das ist der Public Key Blob, das steht in der Doku so drin, die ich euch gerade gezeigt habe. Und das hier sind die Flags, dann kommen, ähm, nein, Lüge, das hier ist die Länge. Das heißt, unser Schlüssel ist 1172 Byte, äh, oder Bit lang. Äh, und, ähm, ja, hier hinten dran kommen dann die Flags und dann kommen noch die, ähm, nochmal der Krypto-Key quasi. So, das heißt aber, wir wissen, dass das hier der Public Key Blob ist. Das ist also der Schlüssel, mit dem das Ganze hier, ähm, nun ja, verschlüsselt wird. Und, ähm, das heißt, lasst uns nochmal ganz kurz hier diese Funktion ein bisschen umbenennen. Ähm, und da wir hier noch nicht genau wissen, was diese Funktion hier unten tut, nachdem wir unsere Keys aufgesetzt haben, schreiben wir hier einfach mal nur Crypto-Stuff rein, okay. Crypto-Stuff. Denn, ähm, ja, wir wissen noch nicht, was dieses Fun004018b9 tut. Und wir geben nur ein Integer zurück. Das heißt, ja, wir müssen hier irgendwie uns noch drauf verlassen, dass hier noch mehr passiert. So, dürfte ich jetzt bitte das Fenster verschieben? Das wäre ziemlich cool von dir. Gidra, hallo? So, musst du kurz, äh, den Editor tatsächlich neu starten, damit das funktioniert hat. Und, ähm, ja, jetzt wissen wir schon einiges, einiges mehr. Das heißt, wir wissen, wo dieser RSA-Key liegt. Und hier, also, ich habe jetzt mal vorweggenommen, dass es ein RSA-Key ist, denn es ist die RSA- und AES-Library, die wir hier verwendet haben. Hier, Microsoft RSA- und AES-Crypto-Library. Das heißt, wir wissen, okay, hier wird wahrscheinlich RSA verwendet werden. Und in der Tat steht hier in diesem Public-Key-Blob drin RSA-2. Und dann kommen irgendwelche komischen Zeichen. Das heißt, das Ding hier ist unser RSA-Key. Ja, mit dem wird also irgendwas verschlüsselt. So, und was genau mit dem verschlüsselt wird, das erfahren wir höchstwahrscheinlich in einer anderen Funktion. Und da wir hier nicht mehr wirklich was machen, also ich meine, im Endeffekt sagen wir hier, hey, ähm, das hier wird nur aufgerufen, falls dieser Parameter 1, ein, das, falls das gleich gleich 0 ist. Ansonsten laden wir diesen Schlüssel irgendwie anders in dieser Funktion hier. Das heißt, wir öffnen irgendeine Datei und nutzen hier Crypt-Import-Key, okay? Okay, das heißt, das hier ist auch noch unser Krypto-Buffer hier wahrscheinlich. Also, wenn hier LP-Buffer dran steht, gehe ich mal hart davon aus, dass das unser Krypto-Buffer ist. Und wir lesen das aus einer Datei. Ähm, brauchen wir jetzt allerdings mal ganz kurz nicht beachten, denn wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir das Ding hier aus unserem Public-Key-Blob geladen haben. Das ist schon mal interessant genug, ja? Ja, denn das wird ja nicht immer ausgeführt, dieser LS-Block hier. Und, ähm, dann gucken wir uns doch mal diese Funktion hier an. Und das ist eigentlich auch wieder sehr interessant, denn hier sehen wir, hier werden Schlüssel zerstört. Also, Crypt-Destroy-Key zerstört unseren Schlüssel. Hier nochmal Crypt-Destroy-Key und Crypt-Release-Context. Das ist auch eine Funktion, die unseren, ähm, Kontext wieder mal, ähm, nun ja, hergibt, sage ich jetzt mal. Das heißt, das wird gemacht, nachdem wir hier mit allem fertig sind. Das funktioniert, so wie es aussieht, zumindest auch wieder über den Crypto-Kontext. Also einmal hier 8c4. Das sind jeweils diese Parameter, die wir hier in unserem This-Objekt gesetzt haben. Das heißt, wir können hier sagen, das Ding ist offensichtlich Destroy-Krypto-Keyes. So, ähm, und ja, das brauche ich eigentlich nicht. Bitte lasst das. Okay, so, das heißt, wir haben hier schon mal rausgefunden, was das genau tut. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich nur nochmal, ähm, kann ich bitte raus? Nein? Doch, dankeschön. Okay, na, das heißt, wir haben hier eigentlich bloß, ähm, noch diese Funktion, die hier nicht fertig ist. Ähm, aber völlig egal, was hier drin passiert, wenn alles erfolgreich war, sprich, wenn der Schlüssel importiert werden konnte, dann ist ja diese, if, äh, dieses i war ungleich null. Wenn es einen Fehler gab, dann ist i war offensichtlich gleich null und gibt uns wieder mal einen, äh, return. Also, wenn, wenn alles erfolgreich war, geben wir hier eins zurück. Wenn es nicht erfolgreich war, dann zerstören wir alle Schlüssel, damit man sie nicht recovern kann und geben null zurück. Cool. Oh, oder auch nicht so cool. Gut, das heißt, wir müssen jetzt rausfinden, okay, ähm, wo wird dieser, naja, diese i war Ding, äh, Variable weiterverwendet, beziehungsweise wo wird dieses this Objekt, das ja hier manipuliert wurde, wo wird das eigentlich weiterverwendet? Und dazu müssen wir rausfinden, wo wurde denn diese Funktion hier aufgerufen? So, dazu gehen wir hier mal nochmal zurück und sehen hier, aha, ähm, sie wurde aufgerufen in Copy & Stuff und in diesem komischen anderen Dings hier. Dieses komische andere Dings hier, nun ja, ähm, das lassen wir jetzt erstmal außen vor, wir gehen hier zum Krypto Stuff und dann sehen wir hier bei Copy & Stuff, da könnte noch deutlich mehr sein als nur Copy & Stuff sein, denn hier sehen wir, oh shit, wir haben ja hier tatsächlich Krypto Stuff gemacht, ja. Das heißt, Copy & Stuff tut wahrscheinlich mehr als nur reine Kopierarbeit und wir wollen uns mal angucken, was das alles tut und zwar im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.